Also mein Name ist Florian Kahl, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter von Südvers aus Freiburg. Ich kenne das WIFU seit über zehn Jahren und das, was die wenigsten wissen, ich habe den Tom Rüsen in der Badehose kennengelernt im Oman, bei den deutsch-arabischen Familienunternehmertagen und ich wusste damals gar nicht, was WIFU ist. Und im Kern ging es darum, dass wir uns mit Familienunternehmen national und international getroffen haben. Und damals hat er erzählt und erwähnt, was das WIFU ist und was die WIFU-Stiftung ist. Und dann wurden wir angesprochen, ob wir mal kommen wollen. Und ich konnte damals zeitlich nicht, ich war auf Auslandsreise und habe dann meinen Vater gebeten, ob er denn zur WIFU-Stiftung geht. Und der war damals so überzeugt und überzeugend, dass man auch gefragt hat, ob wir denn mitmachen im Stiftungskreis, was wir seit über zehn Jahren gerne machen. Das, was uns eigentlich im Grunde nach reizt, wir sind ein Familienunternehmen der zweiten Generation. Also ich bin zweite Generation, die dritte ist schon relativ erwachsen. Und eigentlich ging es darum, den intellektuellen Ansatz über die Transgenerationalität von Familienunternehmen zu lernen und darüber was zu hören. Und im Ursprung hatten wir mal gehört, dass nur jedes zehnte Unternehmen die vierte Generation erreicht. Und das hat uns umgetrieben, wie wir das überhaupt auch anders machen können. Dann hieß es, die emotionale Bindung nimmt pro Generation ab. Also muss man ja frühzeitig gegensteuern. Und das wollten wir verstehen. Wir wollten hinterfragen, wieso das so ist und was man denn aktiv tun kann, um dem Rechnung zu tragen, dass das Unternehmen weitergeführt werden kann und mehrere Generationen überlebt. Dann haben wir die Wittender Thesen kennengelernt, die wir spannend finden, den Dreikreis kennengelernt. Finde ich auch nach wie vor spannend. Begriffe wie Family Governance, die wir früher nicht kannten, mit denen man sich beschäftigt, eine Familiencharta aufzusetzen. Und wir sind mittlerweile seit über zehn Jahren dabei und treffen immer wieder sehr viele neue Gesichter, aber auch sehr viele Gleichgesinnte, die schon lange dabei sind und freuen uns über diesen Austausch. Was das WIFU einzigartig macht, ich glaube, ist für uns der Ansatz, sich wissenschaftlich mit dem Thema Familienunternehmen zu beschäftigen und nicht kommerziell. Und das hat uns umgetrieben und das finden wir nach wie vor gut. Und deshalb sind wir gerne Stifter.